Musik Oha Oh man Digga, diese Frau ist ja richtig Hammer Simon Ey, Digga, kennst du dieses eine Vibe? Warte Daniela Katze Daniela Katze? Daniela Katze? Meinst du nicht Katzenberger? Ja genau, ey, die ist ja Hammer Digga, ich würde sie ja richtig bergen Hüte deine Worte Daniela Katzenberger ist meine Freundin, Mann Wir werden sogar bald heiraten Digga, wie kommst du auf so kack? Was kack? Wie hast du sie kennengelernt, bitte, wenn ich fragen darf? Wie ich sie kennengelernt habe? Es kommt mir gerade erst so vor, als wäre es gestern gewesen Und wann war es? Gestern, auf jeden Fall Ich war bei Knuddels und habe es für mich angeschrieben Sie schreibt so, hey, ich bin Daniela Katzenberger Willst du mich heiraten? Und ich also ja, also? Melli? War das alles? Nein, Mann, als ob das alles war Sie hat mir noch so eine virtuelle Hose geschenkt Also, heißt es, sie war's Ich muss mich kurz zusammenweisen Ich kann das nicht realisieren So, du weißt schon Auch wenn du sie heiraten würdest, angenommen Ne? Du würdest sie heiraten wollen Du weißt schon, dass sie keine Jungfrau mehr ist Doch, Mann Oh, Idiot Ich hab erforscht Ich war bei Wikipedia Hab gelesen, ihre Wikipedia-Seite Und da stand Ich, Daniela Katzenberger Bin auch Jungfrau Und suche den richtigen Mann, wie Simon Desu Ehrlich? Ach so Ja, denn Ja, dann schlapp sie dir, Dinger Ja, aber du hast recht, Mann, ich such sie Und das ist das Letzte, was ich tue Nein, eigentlich bringe ich nur Spaß Ja, aber du hast recht, ich werde sie so lange suchen Bis ich sie gefunden habe Ja, Mann, Ja, Mann Los, das ist mein Kind Massehba Bist du jetzt? Daniela 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 Halva Das ist mein Kind Bist du jetzt aber Wenn ich sie wahrscheinlich Thja mal, ich frage ich dir, was ich sie Tja Daniela Daniela Und? Hast du sie oder hast du es nicht gefunden? Was soll ich machen? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und was hast du jetzt vor? Jetzt muss ich wohl Jessica Elba heiraten. Ich komme leider nicht drum rum. Lass mich raten, du hast sie bei Knulls kennengelernt. Nein, Mann. Bei Facebook. Dann hier eine Katze. Meist du nicht Katzenberger? Ja, genau. Katzenberger. Die Bock, der Hammergeil ist hier. Oh, das war gut doll. Warte, ich bin rochend. Warum bist du weggegangen? Ich bin froh in die Video. Hallo, das wäre gut rübergekommen. Oh, Tugay. Komm. Tugay. Okay, okay, raste richtig aus. Raste richtig aus, Tugay. Ich mach gleich noch ein bisschen erleichter. Er rastet richtig. Er rastet richtig. Das hat gut wehgeteilt, Leute. Klasse. Oh, das ist ja, was. Daniela! Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich mehr. Ich kann mich mehr. Bis zum nächsten Mal.